Hey ihr Lieben, wir sind heute in der wunderschönen Wachau. Und jetzt zeigen wir euch, was wir da so machen. Auf geht's! Ich möchte den Wachau. Das ist ein Kumpel, das ist jetzt noch ein Karpensband für seinen Wernstück. Das ist genial und normal. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR